Ich will gewinnen, das ist quasi genauso wie Versus Angriff, bloß jetzt geht's um was. Jetzt geht's um ganz viel. Ich muss die Chance nutzen. Und? Jawohl, 4-3. Genau so muss ich spielen. Genau so muss ich spielen. Ist der Wischuss. Oh, war das eine Raboda-Flanke von Ronaldo? War das eine Raboda-Flanke von Ronaldo? Also wenn ja, muss ich es rausschneiden, kommt morgen die einzelnen sehen.